besiege herzlose in den spiel wenn man die spielenden darin um nicht man schon wieder gewinne die spiele magiere herrnberg so okay ich weiß nicht warum ich das jetzt machen soll anstatt die mich hier um zu suchen aber naja doch so muss ja auch mal seine freizeit freizeit genießen oder ich soll heute also an den spiel in teilnehmen und herzlose besiegen hört sich nach einer übung an naja ich stelle ich das erledige desto eher kann ich nach schien und ok zwei schatzt die station hat schon gefunden die spiele werden auch schnell erledigt werden ich habe das nur ein einziger herzlose ist oder so komponente c ok einfach mal rein und wird jetzt willkommen sagen wer bist du eigentlich wie man sich wohl anmeldet habe ich halte ziel dazu grünstäbe bist du das da kommen für die bonbon mit den dicken armen hoch hey hab dich ja eh wenig gesehen wie geht's ich lass mich nicht unterkriegen gut ich habe mir sorgen um dich gemacht nachdem du am ende der letzten spiele einfach verschonten bist tu mir leid hab mir schon gedacht dass du es schaffst keiner zu sagen kann es mit meinen jungen aufnehmen warum wann wolltest du mir eigentlich sagen dass du nicht derjenige bist der herr geschickt hat also wenn du mir einfach mal gehört zugehört ist ich dachte die ganze zeit du wärst die lieb der herr liebling des champions gewesen ok fangen wir noch mal von neu an proxas wo kommst du ja wer hat dich geschickt ähm tja privats wäre nur komment ich ähm das reicht hab schon kapiert hast du klar doch jeder hat seine kleinen geheimnisse ich bin klein und fit ich auch egal kommen wir zu den guten neuigkeiten ach ja was für gute neuigkeiten heute finden unsere spiele statt du kommst genau richtig kleiner willst du mitmachen diesmal hast du sogar chancen auf den titel aber hast doch sicher nichts dagegen nicht im geringsten sagt mir einfach bescheid wenn du soweit bist ok du kannst schämpft werden abzeichen gibt es hier welchen ok hier ist eins da muss es eins noch da hinten in den spüren geben bist du abstechen bist du doch heute ja so können die spiele beginnen wunde 1 bis egal der herzlosen es gibt kein zeitlimit oder was erstmal nach den abzeichen suchen ich bin ich habe das jetzt nicht gemacht haben sie ist davon alleine ausgeglichen jetzt mal herum gucken ich bin der einzige letzte der der irgendwie sich nicht auf die kämpfe konzentriert und nur auf die abzeichen sucht naja bis hin du heilige scheiße okay hier wollt dann habe ich den anderen dann so verletzt sind ganz anders aus ja die sind ganz anders ist gerade aufgepumpt und er starb im kugel okay wieso nicht mit der anderen schlussisch werden erst die gekauft habe schlampen kommt ihr umsonst in die andere schöne sachen und dann auch immer ich benutze dich nicht nur ich benutze eine sache nicht mal zu holen nur wie soll ich da hochkommen hier ist es absetzen ich habe keinen Bock mehr kommen ich habe ich habe ich habe irgendwie bin ich gerade gestorben naja komm ich habe ich habe ich habe ich habe ich glaube das wird schnell gehen ich habe ich habe deswegen hasse ich diese eiswürfel so sehr deswegen hasse ich die so sehr weh ich habe Ach, du heilige Scheiße. Ich meinte mir der Gegner auch leid. Ja, die tut mir echt leid. Die sterben durch meine Hände. Zu schnell. Oh, ich besiege eine Herzen, das ist nur einer. Klingel der Treue. Okay. Ich muss wissen, ob das auch so effektiv bei dem ist. Nein, das heilt ihn eher. So habe ich kein Eis bei mir drin. Ja, das hat mich jetzt getroffen, verdammte Scheiße. Der hat mich weggebumst. Man hat es gesehen, er hat mich weggebumst. Oh, okay. Oh, okay. Komm noch mal. Wenn ich jetzt richtig bedenke, kann ich die auch zu Spezialtag aber machen. Ich weiß es jetzt nicht mehr so sehr. Ich muss aufhauen. Komm zu Papa Heil mich Weg mit dir Zum Glück gibt es Spezialattacken, sonst wäre der Kampf länger, viel länger, als ich wollte Guter Junge, Oroxas, genau das will ich sehen Du hast während deiner Abweser trainiert, was? Das sieht man Das liegt eher am Schlüsselschwert Mach weiter so und du wirst noch viel stärker Werde ich Ich muss wieder rein, um mich auf den nächsten Kampf vorzubereiten, aber ey Was ist? Nichts, nichts Okay, dann ist ja alles klar, ich werde dann mal gehen Ich glaube, ich mag den Kerl Hey Oroxas, ich mag dich Ja Schau öfter mal vorbei Ja, er mag ihn Kann man auch nicht verüben, er ist ein Korrekt, der Kerl Oroxas Ich hoffe, dass er wiederkommt Wofür? Mehr Training Da sieht man ja, dass er kein Herz hat Hm, komisch Naja, die Mission ist jedenfalls erledigt Zeit, mir Aksel zu schnappen und zu versuchen, Schirren zu ficken Okay Ich hoffe, es kommt kein Spezialherzlose Ich hoffe, es kommt kein Spezialherzlose Also kannst du nicht, kannst du nicht ins Nimmerland oder wie? Der einzige Ort, an dem ich noch nicht gesucht habe, ist Schloss des Sinfans Wirst du mich jetzt komplett verarschen, da warst du doch schon Achso, nein, ach, ich dachte, ihr habt es mit Schloss des Biestes verwechselt Schirren hat danach gefragt, weißt du noch? Und an dem Tag, bevor sie verschwand, hast du gesagt, sie hatte eine wichtige Mission Ja, aber der Ort wurde gesäubert, Mann Dort ist nichts mehr Du liegst Schirren könnte dort sein Weißt du, sie stammt von dort, aus dem Schloss des Sinfans Wie bitte? Wirklich? Darum hat sie danach gefragt Ich hatte ja keine Ahnung Hey, ich auch nicht Ich hab's auch erst vor kurzem herausgefunden Sie muss eine Menge Fragen haben Arme Schirren Hm, kann ich auch verstehen Dann bin ich mit der Waffentafel steigert die Magie je nach Waffe Okay Tag 290, 297 Kontakt mit Facebook erlernt Der Hochstapler wurde wieder gesehen Hochstapler? Du meinst den, der Shion Während wir miteinander reden, streift er durch das Schloss des Sinfans Das Schloss des Sinfans? Ich werde gehen Aber nicht allein, das Ziel ist extrem gefährlich Wie wär's, wenn ich mitkomme? Ich kenne das Schloss des Biestes besser als jeder andere in diesen Klamotten Okay, gut, dann los und zeigt den Schwindler den Preis dafür, unseren Mantel zu tragen Er hat unsere Ehre verschmutzt Beschmutzt! Hm Wir wissen ja, wer der Schwindler ist, ist Riku Riku hat die Organisation Äh, die Ehre der Organisation beschmutzt Das kommt nicht gut rüber, Riku Das kommt nicht gut rüber Hm Ich muss lernen, besser dreht es hier zu spielen Okay Hm Berichte Es gibt einen weiteren, an dem wir noch nicht Es gibt zwei eigentlich, aber naja Ihr wollt diesen Ort nicht abzitieren, dass es den existiert Gesucht haben Das Schloss des Sinfans Als ich Axel darauf ansprach, meinte er überraschenderweise Dass Chion dort herstamme Er Er muss es wohl selbst gerade erfahren haben Ob sie dort steckt? Äh, hier wisst ihr noch, Replika, Riku Ein kleiner Tipp Für die Leute, die wissen Was damit meine Ihr wisst ja, dass er von Wechseln erschaffen wurde Hm Das ist schon Das sagt schon eigentlich schon alles aus, was mit Chions Existenz zu tun hat Riesenspoiler Schonf des Sinfans Riesenspoiler Heute geht es wieder zum Schloss des Sinfans Wieso wieder? Ach, Axel wird sich begleiten Ach, Axel wird sich begleiten Bereits im Aufbruch Ja Storytechnisch wird jetzt vieles kommen Das ist also das Schloss des Sinfans Das ist also das Schloss des Sinfans Riesenspoiler Riesenspoiler Äh, mein Kopf Hey, entspann dich, Mann Komm, wir ziehen uns für das erste zurück und Nein Wir müssen Chion finden Was geht hier vor? Roxas All diese Bilder All diese Bilder, die durch meinen Kopf rossen Wir gehen sofort Nein, warte Da ist etwas Ich kann es fast Das war nicht gut Das war nicht gut Hm Das war nicht gut Hm Oh Was war das denn? Was war das denn? Ich höre auf alle sie Was ist mit mir passiert? Okay, warte mal kurz Ich muss dann kurz was klären Okay, geklärt mit denen diese Ich weiß nicht Ich weiß nicht, welches Kind so lacht aber naja egal Du bist im schloss zusammengebrochen Wenn es sich nicht mehr Wieso ausgerechnet seid ihr im toilathon Ich weiß nur, dass ich hineingegangen bin und das ist alles Hey, ruh dich etwas aus Und wo auf dem boden oder was Mir geht es gut Mir geht es gut Wir müssen zurück zum schloss Das werde ich nicht tun Weil sie hier ist Wer ist da? Shion? Okay, was mit dem anderen Das muss Riku sein Shion warte Denn, 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 denn Du kommst nicht vorbei aus dem Weg Hey! Hey, Roxa warte! Naja, okay Keine Verfolgungsjagd Es gibt 3 Schatztruhen hier Ja Ah, da ist die andere Ah, da ist die andere ich muss sie gar nicht spieliger naja kann man immer gebrauchen hat also herzen wie den hohstapler ja würde ich ja gerne wenn die herzlosen nicht hier werden die muskel wird was machst du schatten durch ich habe erst mal herumgucken und die das in abzeichen da kann ich doch nicht durch darum stopp lässt er eben behalten die lasse ich einfach mal in ruhe ich habe jetzt alles wo ist er jetzt was machst du da seine die mich kämpfen oder was schatten durch wacke ist mich wacke ist gar nicht mich anzugreifen hier kriegte ich einfach schon mir das abzeichnen ich bin geil soll ich das machen ich komme durcheinander wo ist er jetzt auf einmal ja weil kommst du dahin so Was ist denn jetzt auf einmal? Ich habe eine Verfolgungsjagd hier. Der kann ich voll zu importieren. Ich nicht. Jetzt auf einmal kann er das einfach aufmachen. Warte. Digga, hol dir ein anderes Schlüsselschwert. Kann ich machen, aber erst mal hier. Das hier wohl. Die meisten vergessen das immer. Aber ich hole das immer. Das war wichtig. Ja, wir sehen den Buchstabler. Geht klar, aber erst mal hier rumgucken. Okay. Okay, der wird jetzt gleich wieder weg. Ja, jetzt ist er irgendwie da unter den Mengen hier. Boah, wie ich diese Pflanzen hasse. Ach, kommt her. Einfach mal so. Du kannst das Tor nicht aufmachen. Was machst du jetzt? Ich dachte, der Hochstabler wurde im Schloss des Pfands gesehen. Was macht er hier? Schion. Das war auf keinen Fall Schion. Tut mir leid, wenn ihr meine Cousins hört. Die andere war es, die vorhin geflohen ist. Aber ich verstehe es nicht. Warum sollte er sich von mir weglaufen? Du bist hässlich. Da ist sie ja. Jetzt kommt der Hübsche. Willst du zurückgehen? Boah, ich hoffe wirklich, dass er nicht meine Cousins hört. Die Nerven so richtig jetzt. Obwohl ich denen gesagt hätte, sie sollen leise reden. Nein. Können wir nicht. Weil es so schwer ist, in diesem Alter leise zu reden. Boah, ich will hier nicht beleidigen. Warum sollt ihr das tun? Immerhin ist sie in Sicherheit. Sie wird nach Hause kommen, wenn sie so weit ist. Aber werden sie sich nicht in einen Dämmerling verwandeln? Nicht unbedingt. Wer war das bei ihr? Warum arbeitet sie mit ihm zusammen? Wollen wir zu wissen, dass er ein Kerl war? Kannst du das erkennen, oder wie? Sports von 3. Gut, jetzt habe ich das. Jetzt kann ich höher springen. 298. Der Bruch. Du befehlst mir was? Wir haben keine andere Möglichkeit, jetzt wo Schihan mit dem Mann im Anteil Kontakt hatte. Sie wurde intim mit ihm. Nein! Ähm, Axel? Okay. Einmal die kalte Schulter zeigen. Obwohl es gute Freunde sind. Okay, Axel ist da. Ich werde es mal gleich ansprechen und fragen, was mit ihm los ist. Brauche ich abweisen zu mir, ist verdammte Scheiße. Hm? Okay, jetzt, wo war der Sports-Fund? Ich stehe auf Menschen, ist ja schön. Sports-Fund 3. Okay, jetzt geht's gleich wieder. Okay, jetzt geht's gleich wieder.